stiefel der bodenhaftung ja das sollte man auch öfter mal gucken was die hell mit schutz von bezauberung ist zum beispiel auch nicht schlecht und holzflöcke brauchen wir später wenn wir gegen vampire vorgehen wollen ja einen tempel werden wir allerdings nicht beklauen hier ist auch niemand den wir brauchen du bist eine morgenritterin das heißt du musst hier oben sein oder sein priester der dämon ja der hohe priest da genau oder hoher morgenmeister was ist mit dir ich ihr müsst mich entschuldigen werte damen ich hatte bisher nicht die gelingenheit mit euch zu sprechen ja ich hatte befürchtet ihr würdet nicht kommen euer ruf ist reichlich undurchsichtig doch ungeachtet dessen habt ihr das aussehen eines dieners des lichts und der nächsten liebe ich bin sicher stimmen mir zu dass euer und mein glaube sich nicht widersprechen na gut eigentlich ist talisa damals als wir sie zur klerikerin gemacht haben in den tempel des helms in nashkil gegangen wir hätten also eigentlich einen tempel weiter müssen wir sollten uns gegenseitig helfen in zeiten der dunkelheit müssen die behüter des morgens zusammenarbeiten geht nicht von einer verwandtschaft aus nur weil wir uns ähnlich sehen ich wähle mir meine verbündeten selber aus ich kann keine versprechung machen solange ich nicht weiß was verlangt wird was benötigt ihr ich werde euch helfen sofern ich kann pfeifellos habt ihr den falschen habt ihr den falschen prophet in der straße gesehen seine geschichten über einen neuen herrn sind beunruhend und ich fürchte um die sicherheit derer die ihm folgen gibt es anzeichen vom problem ich möchte einer gerechten glaubens richtung nicht ins gehege kommen ich mache alles was den gläubigen voran hilft was ist es denn was ich tun kann es scheint als nutze er das sicherheitsbedürfnis der laute aus könnt ihr nicht dasselbe anbieten fangen wir erstmal das erste und wir ebenso wenig schließlich kommt es ja immer mal wieder vor dass eine neue gottheit erscheint weil es gibt noch viel platz für rechtschaffenden glauben in den reichen wir sind sicher dass dies nicht der fall ist zeichen der morgen fürsten gaben anlass zur sorge und dass unsere gläubigen zu diesem kult abwandern verpflichtet uns nachforschung anzustellen ja fragen wir mal nach der sicherheit viele der jüngeren gläubigen verstehen gar nicht was glaube eigentlich ist nur selten gibt es einen sofortigen lohn abgesehen von dem was man selber daraus macht und ja wir haben schon viele priester zauber und geachtet der zahl der gottheiten physikalische manifestation sind selten diese leute hoffen ein gott zu bekommen der unter ihnen wandelt aber so etwas tun götter fast nie ja das ist die behauptung dieses mann doppelt verwunderlich ich möchte helfen aber was soll ich tun wir versuchten mit jemandem zu reden der diesen neuen glauben annahm aber alle die das getan haben sind sofort verschwunden ihr müsst euch einschleichen als freund oder feind und herausfinden was da vor sich geht wir haben erfahren dass der kern ihrer anbieter im untergrund lebt und relativ nah sein muss bei unseren magischen erkundungen haben wir jedoch haben wir uns jedoch nur bis zu den abwasserkanälen umsehen können so unangenehm ist auch erscheinen mag ihr müsst durch die kanäle hindurch ganz offensichtlich hausen diese sollte nicht zwischen den abwasserleitungen also muss es einen weg hinaus geben ja dann fragt nicht weiter ich werde in den tiefen vorschuss und mit den antworten zurückkehren möge der morgenfürst den weg erleuchten wir haben heilung und hilfsmittel für euch falls ihr sie brauchen solltet fragt nur einen und sagt kolüten und ihr werdet erhalten was ihr braucht wir würden ja mehr hilfe schicken aber unsere leute werden anderswo gebraucht keldorn einer von helms besten kämpfern wartet aber schon in den kanälen ich wünsche euch glück ja damit finden wir dann wohl dort einen kollegen und ja der tempel hier sieht schon beeindruckend aus mit dem mit der latander statue mit der drehenden morgensonne ja die aufnahme session lohnt sich leider nicht mehr um jetzt in die kanäle zu gehen das müssen wir dann in der nächsten folge also der nächsten machen deswegen gehen wir erstmal den helm tempel und hören uns da um immerhin ist talisa ja auch eine helm klerikerin ja und hier sind sehr viele wächterstatuen halt nur da sie ist wichtig aus seit wachsam meine first ability die dienste vom helm ja das tue ich ja bei helm kriegen wir recht günstig in anführungszeichen ausrüstung also schutzausrüstung hier zum beispiel den großen schild hier kriegshemmer eiltränke jo gerade plattenpanzer und punkartische gut gucken wir mal wie wir hier sonst noch finden hier ist niemand das ist verschlossen wie gesagt von den priestern hier klauen wir kein geld wir nehmen höchstens zeug mit was nützlich sein kann schlafbaracken also ja bücher sind nix wert deswegen bleiben sie auch liegen so hier haben wir auch noch ein bisschen geld und ja die peanuts sind es eigentlich nicht wert ein haltrang zum beispiel nehme ich gerne mit da wird helm wahrscheinlich rücksicht mit uns haben also so notfallheilungen sind immer nicht schlecht zu haben gut das war der helm tempel der wie ich finde auch recht cool aussieht ich frage mich wie das hier nach eigentlich im tempelbezirk ist wenn es tag wird wenn wir es sehen das ist ja so entsetzlich wollen die sich jetzt alle die augen ausstechen warum sollte irgendjemand so etwas tun was ist das für ein werkwürdiger neue gott dass er solche macht besitzt mir gefällt überhaupt nicht wie ihr ausseht ich kann nicht glauben dass eine solche blasphemie geduldig gefördert wird ausgerechnet hier das ist der untergang der stadt ich schwöre es das ist nur eine das ist was ist das für eine entsetzliche sache warum hören sie ihm zu warum ja hier könnten wir auch in den tempel von latan da rein das anwesen hier oben müsste soweit ich weiß verschlossen sein ja dafür ist sie aber so ein hassprediger ihr ihr gehört zu den ungläubigen oh er hat ja gar keine augen wie schrecklich ja er hat nicht aufgepasst die haben sich alle die augen ausgestochen wobei wie sollte sie auch aufpassen sie war nicht dabei ja hier ist noch der tempel von talos in dem wir reingucken können hier in die hohe halle gucken wir dann rein wenn wir uns den rest angeguckt haben muss ja sagen ad kattler hat schon einen recht schönen tempelbezirk sagt euch von eurem ehrglauben los und ihr sollt gerettet werden ihr werdet vor dem gefürchteten blick des blitwosen augers erzählt hat kniet nieder und reißt euch diese monstrenzitäten aus dem gesicht oder ihr werdet in der grube der ungläubigen in wer seid ihr ich bin euer gefürchteter retter ich bin das feuer das euch den fahrzeuger rettung leuchten wird doch bei den worten erzählt ihr dem wissen dass euch die möglichkeit gegeben wurde in den reihen der blicklosen zu dienen einst bittete ich zu dem falschen gotthelm aber dann kam mir den wahren also da hat man mir den wahren weg gezeigt und mich von meinen augen erlöst ich werde euch auf dem wahren weg zerren oh ich werde euch die knie vor furcht schlottern wenn ihr euch weigert euch werden die knie schlottern die mitteligen geschenke des golden blicklosen auges anzunehmen es wird jene zerschmettern sie sich in ihrer nahe teil an die aufgeblähten weißlichen kugeln der falschen sicht klammern und sie in die grube der ungläubigen in abstoßen ihr alle werdet vor ihm erzittern wer oder was ist dieses blicklose auge das blicklose auge ist zu uns gekommen und hat uns den wahren fahrt gezeigt ich habe nur meine augen entfernt um zu sehen was zuvor noch nie enthüllt wurde der meister hat uns berufen sein wort zu verkünden er hat die falschen gönner zu er der die falschen gönner dazu bringen wird ihre nahe teil vor seinem blicklosen blick hinaus zu schreien ja was ist das für ein blödsinn oh ich habe glaube ich aufs unsere geklickt oh ja ihr werdet mit sicherheit brennen jawohl die verderbte sicht an die er euch noch immer klammert wird seine heilige präsenz zu euch führen und ihr werdet als ein schandpaar des bösen von dieser welt getilgt werden die ungläubigen sollen sich vor seinem kommen hüten und die gläubigen werden voll locken ja gut gehen wir noch in den tempel von talos dem sturm bringer heilige vernichtung für uns alle ja talos der sturm gott hier ist die türe eingeschlagen und meisterin ada pennt hier ich gehe davon aus dass ihr keine feindlichen absicht gesegnet sei das chaos also ja talos ist ein charotischer gott die gegengifte nehme ich mit man weiß nie wann man mal ein gegengift gebrauchen kann so dann können wir hier auch nichts mehr besonderes machen außer zu gehen das möchtet ihr so da ist noch ein prophet ihr da seid einer der ungläubigen der über die sicht verfügt verneigt euch vor den blicklosen augen und ruhig seiner göttlichen majestät ihr habt keine augen was ist passiert ich habe immer meine augen entfernt um die wahrheit des blicklosen augen tribut zu zollen kommt seid nicht ungläubig schließt euch uns an und feiert mit uns die wahren glauben und wer seid ihr ich war einst eine priestin des falschen kohls latander nun wurde ich dank der wahrheit des blicklosen augen wieder geboren stecht euch eure bösartigen augen aus und seht die wahre schönheit des göttlichen ihr wart eines ihr wart eines einst eine latander priestin wie kommt es dass ihr zu einer predigerin für diese seltsame religion geworden seid man hat mir den weg gezeigt unglaublich ist euer name latander ist nichts gegen die allmacht des blicklosen augen verneigt euch verneigt euch und stecht euch eure verdrehten augen aus werd was ist dieses blicklose auge schlicht euch uns an verneigt euch und verehrt ihn auf das wir die welt von der nahe teil des sehns erretten können die sind also alle baller baller denkt ihr nicht dass latander helm und der ganze rest nicht wirklich so begeistert über dieses neue mitglied der götterfamilie sein werden sie zittern und kriechen vor der macht des blicklosen augen die ungläubigen werden sich vor ihm wüten müssen und die gläubigen werden ihre unheilige fähigkeit zu sehen ablegen um seine göttliche gnade zu bitten äh ja ich denke gar nicht weiterkomme er kennt seine macht an das blicklose auge sie ballen und alle und alle werdet ihr euch vor ihm verneigen ungläubige ich solle nur ungläubige vor mir stehen mhm was ist mit dir ich nehme an ihr seid hier um euren glauben zu festigen ah seid gegrüßt bildsteller ich bin zu euch auf diesen großen platz gekommen um euch das wort des göttlichsten und wohl um euch das wort der göttlichsten und wohlhabend seiner göttinnen zu verkünden wauken sie scheint hier noch in bester erinnerung zu sein aber ich glaubte sie würde nicht mehr angebetet ihr seid ein nahe empfehlen fehlenden gottshütigen priestern und ich werde gehen nehmen wir mal das erste in der zart zu ihrer zeit war wauken bei allen einwohnern der großen stadt des gales bekannt und hoch willkommen ihr zu ehren wurde die promenade gebaut und der handel florierte man sagt sie sei aus unser aller leben verschwunden aber viele von uns verehren sie noch immer ich bin überzeugt dass sie eines tages zurückkehren und den reichtum einfordern wird der rechtmäßig ihr gehört ihr verehrt nur ein gott der nicht mehr existiert das ist aber merkwürdig nicht alle von uns sind zu lyria konvertiert die uns die prophezeit über waukens verschwinden verkündete wir waukenianer behalten sie tief in unserem herzen und beten für ihre rückkehr spuckt nur auf mich wir spenden geld um sie zu ehren und werden in ihrer rückkehr schwelgen die ungäubigen dagegen werden selbst für das kleinste vermögen viel zu latander beten müsst ich fand es nur merkwürdig das war nicht böse gemeint so hier wäre der nächste eingang zur kalisation da steht eine wache davor mit der reden wir allerdings erst beim nächsten mal weil ich jetzt hier ein cut mache spiel speichern das ist dann lp 005 so speichern und dann sehen wir uns gleich wieder so 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 so